Fokust bitte die Mystics das Schild runterfokussen und achtet bitte wirklich ganz ganz groß darauf, dass ihr die Steine richtig spielt. Sobald der Boss bei euch ist, droppen Steine, diese Steine bitte aufheben und auf diese Rauchsäulen am Abgrund werfen, damit die Wallclimber nicht spawnen. Teilt euch auf. Wo Hexer geht? Zwei Hexer, kein Geld. Knallt den Mystics jetzt bitte die Schilde runter. Bringt die Wallclimber instant in Fights. Nur in Fight bringen. Und meine Gruppe achte ich jetzt dann auf Steine. Es gibt ja dann noch einen Beam, den bitte einfach nur aus dem Raid drehen, ja? Steine bitte aufheben und schmeiß die runter. Der Boss kommt rüber zu euch. Hebt die Steine auf, bevor sie despawnen. Die sind fünf Minuten, sechs Minuten sogar aktiv, ja? Sorry, ich hab Felsen gemacht. Äh, hebt ihn auf, sonst geht's. So lange der Mystic ein Schild hat, Freunde, ist der bitte primär das Target. Sobald er es verliert, könnt ihr entweder vom Mystic runterkleven auf alle anderen oder wenn ihr den Boss bei euch habt, dann auf dem Boss switchen. Missionsgames. Läuft er dagegen? Two. Three. Drop. Boss. Mein Stein lässt dich nicht wegwerfen. Five. Ich hab hier ein bisschen Aggressivität. Pascal. Jaja, hier schießt jemand auf. Wir haben hier zwei Rogues, ja? Schießt bitte auf dem Tank. Und der Stabin bitte einfach raus tragen aus dem Raid. Jetzt. Wins. Collect. Drop. Die Ballclimber noch holen. Collect. Boss kommt drüber zu euch. Spielt die Steine, spielt die Steine. Vor allem hier auf unserer Seite, wo der Boss jetzt nicht aktiv ist. Spielt bitte jegliche Steine, die wir haben. responsabiliser. Spielt die Steine. Und Boss hat 34 Prozent. Bei 35 Prozent ein F racer. Spielt die Steine. Also noch ein Mystic jetzt gespult bei uns. Spielt die Steine. Wart, ob du dich mal schleißt, wo diese rote Wolke ist. Tötet auf jeden Fall noch den Mystic hier auf meiner Seite, bevor wir den Boss phasen, bitte, ja? Full Blast auf den Mystic, danach erst phasen. Also, ist schon tot. Beste Boss! Kommt in die Mitte. Und Full Send. Jetzt dann einmal spreaden, danach macht sich Gruppe 1 und 3 bereit, zur Tür zu kommen. Spread. Machen wir doch mal jetzt. In. Gruppe 1 und 3 an die Tür. 2 und 4 nach dem Spread machen sich ready. Und an die Tür, Freunde. Let's go. 2 und 4. Spread. 2 und 4. 2 und 3. 3 und 4. 4 und 5. Spread. Gib Tunni auf. Und in 5 Sekunden alle mit dem Unity speaker an die Tür. Nach dem Spread und sonst alle anderen in den Boss. Alle anderen in den Boss. Und sieht, was ihr könnt. Alle Defensives. Sehr schön. Tötet im Boss. Good job. Oh, Double Axed. Oh, hallo. Diese��. Du hast. 1, 2, 3. 3, 2, 3. Vielen Dank.